Einen Welpen schnell stubenrein zu bekommen, erfordert Geduld, Konsequenz und eine klare Routine. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Platz einrichten. Bestimme einen festen Platz, wo der Welpe schlafen, fressen und trinken soll. Dieser Platz sollte nicht weit von der Tür entfernt sein, damit du schnell rausgehen kannst. Besorge dir eine Kiste oder Box, falls du Kistentraining machen möchtest, viele Hundeleckerchen, Reinigungsmittel für Unfälle und eine feste Leine. Fütterungszeiten. Füttere den Welpen zu festen Zeiten und nicht den ganzen Tag über. Ein fester Fütterungsplan hilft dir zu wissen, wann er raus muss. Gehe mit deinem Welpen nach draußen, nach dem Aufwachen, nach dem Fressen und Trinken, nach dem Spielen. Vor dem Schlafengehen L1. Tu Stunden, besonders in den ersten Wochen Signale erkennen. Achte auf Zeichen, dass dein Welpe muss. Schnüffeln, im Kreis drehen, unruhig werden. Sofort reagieren. Wenn du diese Zeichen bemerkst, bringe den Welpen sofort nach draußen. Belohnen, lobe und belohne deinen Welpen sofort, wenn er draußen sein Geschäft verrichtet. Verwende Leckerchen und lobende Worte. Nie bestrafen. Bestrafe deinen Welpen nicht, wenn er drinnen einen Unfall hat. Er versteht nicht, warum du ihn bestrafst. Und es könnte ihn verunsichern. Gesunde Leckerlis und ein Buch zum Thema Welpentraining findest du in der Beschreibung. Reinige die betroffene Stelle gründlich, damit keine Gerüche zurückbleiben. Sonst könnte der Welpe diese Stelle wieder als Toilette nutzen. Nachts Kiste verwenden. Wenn du eine Kiste verwendest, achte darauf, dass sie nicht zu groß ist. Der Welpe sollte genug Platz haben, um sich hinzulegen und umzudrehen. Aber nicht genug, um in einer Ecke zu schlafen und in einer anderen sein Geschäft zu verrichten. Stelle sicher, dass du den Welpen in der Nacht regelmäßig nach draußen bringst. Jüngere Welpen können oft nur wenige Stunden durchhalten. Viel Glück! Jüngere Welpen